Hallo, Sir! Hallo, Sir! Juhu! Schick siehst du aus, Mensch! Ja! Ja, wer zuerst... Wo fliegen wir denn Rennen hin? Kann man den denn tanken? Äh, gute Frage. Keine Ahnung. Ach stimmt, der ist fast leer. Wie die beim Helipo hat, vielleicht kann man da tanken. Ja, gucken wir mal. Wir fahren mal zum PD. Hast du gehört? Wir sind beim PD mal eben. Bumsfick Brunnhilde! Ja, grüß dich Brunnhilde! Juhu! Sehr geil. Charakter würde ich sogar echt gerne haben, aber den kriege ich nie. War es den Namen? Ja. Ich glaube es auch fast. Äh, wo ist denn das PD? Ach, die sind eh schon da. Da ist doch sicher irgendwo... Ja, da ist der Heliport. Kann man doch sicher tanken. Da fehlt Ihnen ein anderer Heli. Ah! Ei, 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 ei. Mach das weiter zurück. Okay. Da. Ja. Gut genug. Ne. Ich sehe nichts. Siehst du was? Okay. Keine Ahnung. Über den anderen. Jo. Ach, wir haben keinen Schlüssel dafür. Der ist zu. Ah. Scheiße. Na gut. Müsste ich mich mal zurück erinnern. Wo man Heli auftanken konnte. Ich glaube, wenn man bei einer Tankstelle gelandet ist, dann ist der automatisch mit Fildurern oder irgendwie so, ne? Äh, wo immer denn eine Tanke. Ich hab, äh, von den Polizisten hab ich... Äh, wo? Ach, da hinten. Hinter der. Ach, da links. Aber ich weiß, das wird hier... Na, müssen wir mal ausprobieren. Ne, warte mal. Das ist gar keine Tanke. Das ist nur der Shop. Ach, da vorne. Ida ist es. Auf dem Dach landen oder da rechts daneben? Rechts daneben. So in der Nähe von der Zapfsäule, so nah es geht. Okay. Gucken wir mal, ob das was bringt. Aber ich... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch, äh... Achso, ich hätte mal gucken können, weil ich bin, äh, Police Officer. Vielleicht hätte ich es in meinem Menü machen können. Aua. Ich hab das einfache irgendwie in Erinnerung, den Ding zu fliegen. Ja, ich glaub, wir müssen schon näher hin noch. Okay, warte mal. Kein Fahrzeug in der Nähe. Probieren wir mal einen PD oder sonst zum Militärflugplatz. Nee, in meinem Menü kann ich es auch nicht machen. Ja, zum Militärflughafen kommen wir nicht mehr. Das kannst du vergessen. Ah, das geht sich aus. Ja, und wenn nicht, dann stehen wir da alleine rum. Da ist nämlich niemand mit Sicherheit. Äh, dann probieren wir mal... Boah, sieht die Stadt geil aus von hier oben. Das ist brutal. Und das Land war im Würfelpark. Ja, genau. Oder da, wo mein Auto steht. Beim Baumarkt da. Da fahren wir mit dem Ding in den Sinn. Achso, Fallschimmer gibt's gar keine, gell? Nee. Alles klar, David, mach's gut. Ciao, ciao. Bis morgen, oder? Ja, morgen, wenn, dann später erst. Äh, früher. Ja, so kann man das auch machen. Okay, hallo. Ne, geil. Ja, verdien dich. Was erwartest du jetzt?